Mein Name ist Lutz Klinkner, ich bin Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik und seit dem Start von Alutrim hier 2012 in Küritz bin ich der Geschäftsführer und habe seitdem die Entwicklung des Unternehmens begleitet. Alutrim als Unternehmen hat als Fokus die Herstellung von Echtmetall-Zierteilen für zum Beispiel der Automobilindustrie, aber auch Konsumgüterindustrie, also im Haushalt Kaffeemaschinen, Spülmaschinen etc. Von der Kundenstruktur her ist Alutrim einfach dadurch, dass unsere Kunden eher sehr große Unternehmen sind, weiter von uns entfernt, teilweise in Deutschland, im Rest von Europa, wir liefern auch Bauteile bis nach China. Daher versuchen wir vor allem auf der Zuliefererseite ein regionales Netzwerk aufzubauen. Das heißt, da womöglich unterstützen wir auch lokale, regionale Zulieferer. Für uns ist es echt wichtig, hier in der Region noch präsenter zu werden, noch präsenter zu sein, da wir das starke Wachstum ja auch nur mit unseren lokalen Mitarbeitern schaffen. Wie gesagt, für uns ist das einfach nochmal ein Schritt, um unsere Vernetzung mit der Region vielleicht auch ein bisschen stärken und demonstrieren zu können und von daher sind wir sehr gespannt, wie das ausgeht. Musik